So Leute, jetzt mal ohne Spaß. Erstens, ich kann so nicht arbeiten. Erstens, ich muss kacken. Zweitens, ich hab Hunger. Drittens, das Eis nervt mich, die Wesen nerven mich. Was? Nein, nein, nein. Scheiß Kammerarbeit geht mir immer viel zu lang in meine scheiß Katzenfresse rein. Okay, Bespi. Wie soll ich denn so arbeiten von uns, die Leute? Bespi. Das geht doch nicht. Bespi. Und die Alte? Bespi. Sie mit ihrem Papen, schlau noch gut rum. Was? Bespi. Lass mich doch nuckeln. Ach, scheiß der Hund. Bespi, weg mich. Bespi. Sieht doch nichts gebacken. Bespi. Und vor allem, was soll dieses kack Gehirn hier? Bespi. Woll ich mir das jetzt in meine scheiß Katzenfresse stecken oder was? Bespi. Hä? 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 Nee. Bespi. Bespi kann kein Gehirn fressen, sei denn es zu witzig als Faser. Bespi. Bespi, ich scheiß gehehe. Bespi, gehhe. Gehirn. Wie wäre es eigentlich, wenn ich mir so ein bisschen Honig nehme? Gehirn. Ach, scheiß drauf. Mann. Wie soll man bei so einer scheiß Sache hier arbeiten, Leute? Habt ihr euch das schon mal überlegt? Bespi. Ja? Habt mitgefühlt, hier ist nur eine kleine Katze wie mich. Bespi, Bespi. Was soll ich denn machen? Bespi, Bespi. Ich denke an mein Wiskus. Bespi, Bespi. Bespi, Bespi. Arbeiten. Dieser scheiß Hintergrund ist nur schwarz. Bespi. Könnt ihr euch nicht mal was besseres ausdenken? Bespi. Hä? Bespi bist du, gell? Bespi, Hintergrund, Alter. considering mein Oberh 결과 besser. Bespi. Ah, Leute. Wisst ihr was? Bespi, Bespi. 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 Bespi, Bespi. Bсыл stellen wir vor вз shoulda. Bespi. Bspi. Bspi. Ihr könnt nicht allemal hier lachen. Bspi. Geht doch weg. Scheiß der Hund auf. Riis. Vielen Dank.